hallo hier ist der martin von meinem anki sassi daxanalyse für dienstag den 10.05.2022 und es sieht nach einem total schaden aus also da kann man sich wenn man hier so über die watchlist schaut sich gar nicht mehr vorstellen dass überhaupt wieder was steigen kann aber ich sage euch vielleicht ein schicker neuer motor rein bisschen neue farbe dran vielleicht mal den ein oder anderen scheinwerfer austauschen und das ding das fährt auch wieder mit reifen oder ohne reifen das vollkommen egal muss man auch was man nicht zu sehr die den kopf in den sand steckt wir haben vom bewegungsverhalten sehr sehr ähnlich das zu dem freitag gesehen ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ist was hat er schon am freitag gemacht das ist so ein rücklauf an die 900 dran dann hat er sich wieder abgestoßen hat neues tief gesetzt auf akzentiert schöne marke dann wieder zurück an die 13.800 dort dann dran gestochen sich wieder abgedreht wieder auf das nächste ziel dann wieder zurück an die 13 700 sich dort abgestoßen nach unten aufs nächste ziel und das hat jetzt die analyse geendet vom letzten tag und was hat er gemacht hat das nächste ziel abgeholt wir hatten hier die die vier was hat man die 45 und auch noch ein paar andere schicke sachen da drunter und dann wieder abgeholt dann die 13 700 angestoßen dann wieder runter wieder zurück 13 600 wieder zurück oder hat es bei 13 15 500 auch noch mal gemacht also der fährt echt so ein bisschen treppisch also ich bezeichne es mal als korrektive bewegung und für mich ist dann einfach immer wichtig wann bricht die in der regel löst sowas sogar dynamisch auf der anderen seite auf weil das ist das ist nicht impulsiv na also das ist das ist jetzt schwer vorzustellen weil für den einen oder anderen das schon brachial stark fällt aber wir sehen eigentlich im endeffekt grüne kerze rote kerze grüne kerze rote kerze kommt immer wieder hoch zurück hoch zurück 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 aber so richtig ausverkauf ist das nicht das ist das ist anders wie so eine bewegung ja da hast du zwei drei vier grüne kerzen die machen im endeffekt doppelten umfang von dem was der hier mit 8 9 10 12 kerzen macht aber es gilt das was wir die ganzen tage hier immer wieder betonen um das auch aufzulösen dieses korrektive um wieder zu steigen muss halt ein trigger gesetzt werden es muss einfach ein bestimmtes bereich ein niveau überboten werden damit die käufer die hier sich auch immer so einzeln dran verkämpfen dass die wissen okay jetzt jetzt sind die anderen mit am start jetzt drehen wir die karre wieder jetzt geht man mal gas jetzt tun wir ein bisschen mehr reinbuttern und dann schieben die den markt auch wieder zurück und er hat gute gute bounce möglichkeiten nach oben also diese kante hier oben ich möchte weiterhin ein bisschen im fokus behalten wenn der anfängt richtig nach oben zu treiben aber auch erst wenn er richtig anfängt zu treiben dass der ein oder andere versteht das dann gerne mal auch als bullige einschätzung oder wie auch immer nur weil ich sage der kann ordentlich zurückkommen wenn er denn in bestimmten bereich aber ich sage das auch klipp und klar wenn er die bereiche halt nicht bricht dann fällt er weiter das ist dem scheiß egal ob denn der eine den höher oder den anderen will wenn er es nicht schafft die bereiche nach oben aussehen dann fällt er weiter so und der bricht ist bereich ist hier relativ nah zum dienstag das ist der bereich um 500 nun da kann man jetzt schon wirklich enger ranziehen und sagen also alles was über 500 530 drüber geht das dreht den markt schon wieder nach oben an es ist so ja und von dort hätte definitiv dann erstmal wieder bewegungsspielraum ein bisschen gut und gerne 13 700 vielleicht sogar eher die 800 dran ne und wenn er diesen rausgenommen kriegt dann ist das ein katzensprung bis da oben das macht er an mittwoch oder sowas ne so eine 800 bis 14 50 das macht er an einem tag läuft einfach wieder hoch und da muss man wirklich schon aufpassen dass man wenn man sich jetzt hier schön eingeschortet hat und die bewegung gut mitnimmt dass man hoch zu dann auch wirklich einen cut macht dass man sagt okay ich habe gute gewinne gemacht ich stelle mich jetzt auch wieder auf die gegenbewegung ein aber der initial also die dass das was ich sehen will der trigger oder dass die initial bewegung die ist jetzt so noch nicht da also wir haben noch keine keine gebrochen nach oben wir haben jetzt den trigger nach unten zum beispiel voll ausgefahren der short trigger hier der wurde aktiviert den sieht man jetzt kaum dass sie genau in den pfeilen trainer hat die so ein bisschen auf unsere 445 gezeigt das haben wir gesehen die haben erreicht das ist somit vollkommen ausreichend von der bewegung also wäre auch so ich glaube ich hatte meinen leuten am freitag das auch so geschrieben was ich dass ich mich schon eine folge woche vorstellen könnte dass wir noch mal hunde stechen vielleicht so im bereich um die 45 auf jeden fall noch zu machen die 445 vielleicht noch so aushebeln und sich dann so wieder hochdrehen und zurücklaufen das war meine erwartungszeitung vom freitag für die bei uns die da im update verteiler noch mal drin sind so und grund hatte bisher das gemacht wenn er jetzt anfängt zum dienstag vielleicht noch mal vormittag hier irgendwie so ein bisschen an einem tief darum zu kratzen zu stoßen und sich wieder zurück zu drehen dann ist der vollkommen in der erwartungshaltung drin und kann halt auch echt da muss man wirklich aufpassen dass man den nicht jetzt die nachrichten mit dem aktuellen marktbild verbindet der fällt halt wirklich nur korrektiv das ist immer ein bisschen gefährlich wenn er dann wirklich umdreht dann kann er wirklich gewalt entfachen und die nachrichten verändern sich dann nicht die sind nicht auf einmal positiv die bleiben so wie sie jetzt gerade sind und dann verstehen immer nicht viele warum steigt er denn jetzt auf einmal steigt er sind zu schnell und dann burt dann die dagegen und ohne stop loss und noch eine position danach und noch eine hinterher und noch eine und ach komm jetzt habe ich erst fünf positionen drin und mache ich noch eine sechste und der rennt und rennt und rennt und da muss man wirklich dann ein bisschen aufpassen deswegen ist mir wichtig da einfach ein bisschen mehr zu betonen um dafür zu sensibilisieren könnte man sagen so wir nehmen jetzt aber hier erstmal die ersten trigger mit nach oben wir können jetzt hier ansetzen wir können sagen okay wenn der über die 500 geht hätte eigentlich schon mal platz bis in die 700 800 rein hier den können wir als erstes schon mitnehmen und dann können wir auch den zweiten gleich noch darüber setzen und sagen okay wenn er dann auch die 800 da oben rauskriegt dann ist es bis zur kanal kann er dann auch nicht mehr weit und die wäre dann an spielstelle auf jeden fall wenn er auf geht das ist dann das ist dann das wo es hingehen würde ja und wo geht es weiter wenn wir unten rausfallen da würde ich eigentlich ganz gerne hier die 13 15 ein bisschen abforcieren als mögliches ziel allerdings auch dazu sagen das haben wir gestern auch so gesagt ist eigentlich nur ein durchlauf posten ja das ist eigentlich nur ein durchlauf posten richtung 12500 dann aber ich glaube wir können wir hier an der stelle eine art bewegungsfall nach oben machen naja das heißt wenn der hier in die 13 15 bis ich sag mal überschuss auf 12 9 60 fallen sollte mal angenommen der ist im dienstag ultra schlecht drauf würde ich von hier eine sehr deutliche gegenbewegung erwarten sehr sehr deutlich na das heißt aber nicht dass er von hier dann plötzlich wieder auf 16.000 steigt das heißt einfach nur dass hier eine gegenbewegung kommt es kann sein dass die bei 13 200 schon ende deswegen zeichne ich den fall erst mal nur bis hierher und er dann weiter abkippt und neue tiefs bringt in demzufolge können hier unten eigentlich dann auch noch weiteren trigger setzen und haben wir wieder ein bisschen mehr dem handlungs implikationen trainer hier in der chartanalyse um einfach aus der analyse das eine oder andere mit ableiten zu können das bietet es ja nicht immer an es ist einfach auch oft so dass auch ich da sitze und sage keine ahnung wir gucken einfach mal was er kommt und schauen wie er reagiert und wenn er so reagiert dann kann man vielleicht das machen wir nicht aber nicht und dann gucke ich auch oft einfach nur bewegungsabschnittsweise zu mache selber auch dann manchmal einfach gar nichts auch manchmal tagelang gibt auch manchmal wochen zwei wochen wo ich überhaupt nichts trade wenn sich da nichts richtiges anbietet ich bin mir dann immer gerne so diese tüpfelchen raus und so mache es letztendlich mit der chartanalyse ja auch wir versuchen hier nicht wirklich die letzte bewegung auf letzten punkt vorher zu sehen das ist gar nicht meine zielstellung sondern es geht eher mehr darum so ein bisschen einfach die erwartung abzustecken wo kann wenn wenn der markt das was macht wo und wie kann er dann im reaktionspotenzial einfach weiter gut okay aber ich denke ihr könnt damit erst mal was gut anfangen das schenkt das biegelt auch ganz gut die erwartungshaltung wieder die ich habe ja interessante situation also jetzt wird jetzt wird für mich dann auch langsam interessant finde ich finde ich hier ganz nett was er jetzt macht und wir bleiben im tageschart dabei bei dem was sie gesagt haben es ist erst mal sehr flach abwärts gekommen korrektive fällt sehr langsam die letzten drei tage sind ganz gut von bewegungstempo von der dynamik aber wenn der jetzt hier wieder grün ankommt dann steht das sofort wieder hier oben halt ne also rein vom bewegungsmuster her steht sofort wieder hier oben aber das muss eben auch erst kommen solange hier keine grüne tageskatze im tageschart kommt gerade auch einfach mal da unten fallen und da muss man schon sagen hier unten ist nicht viel und hier sieht man das auch ganz deutlich diese 13 15 ist echt nur ein durchlauf posten bis hier runter dann und das das sind zwei drei tage dann wenn der schlecht drauf ist machte zwei drei tage und dann kommt hier neues tief drunter da drunter kommt noch tief weil wir haben ein tieferes hoch und dann kommt ja auch ein tieferes tief aber ich muss aufpassen dass man nicht zu negativ wird denn der markt sah zum montag zu schlecht aus der kommt bestimmt jetzt erst mal am dienstern über und könnte ich mir gut vorstellen jo ok dann mache ich jetzt hier zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss